Servus und Herzlich Willkommen zu dem ersten Video in meinem Zimmer. Aufgeräumt habe ich extra für euch und zwar habe ich mir jetzt endlich die komplette Einrichtung, das komplette Equipment gekauft, um selber Videos aufnehmen zu können, damit ich nicht immer ein bisschen stressigerweise nach Kevin fahren muss. Ich habe jetzt versucht von hier daheim Videos aufzunehmen und es klappt. Heute die ersten Weekend League Rewards von mir zu Hause aus. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Für euch nehme ich natürlich die Mega Packs mit, die vier Stück. Sehr gut gelaufen auf der einen Seite, weil ich 17 zu 6 stand. Auf der anderen Seite hatte ich keine Zeit mehr zu spielen. Deswegen leider mit einem 17 zu 6 aus der Weekend League gegangen. Es wäre Gold 1 drin gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist richtig gut gelaufen, mal wieder. Wir starten rein in meine ersten roten Spieler von mir zu Hause aus. EA, bitte gib was Gutes. EA. Fährmann. Valeri. Es ist schon mal nicht schlecht. 85er bin ich vollkommen zufrieden. Ich denke, wir gehen mit Fährmann, falls ich mal ein Bundesliga-Team machen sollte. Ich glaube, ich nehme mich in den Torwart mit. Und Nummer 2. Wir gehen rein. Komm schon, EA. Jawoll. Coverrall. Nice. 86er Coverrall. In meinen roten Informs. Nice. Für Gold 2. Würde ich mal behaupten, ne. Das ist lecker. Da sind wir aber schon an meinen Packs angelangt. Seltenes Gold Pack. Mega Packs. Vier Stück. Zwei seltene Mega Packs. Und wir starten rein mit dem seltenen Gold Pack. Auf geht's EA. Gib mir Walkouts. EA. So, Mega Pack Nummer 1. Kein Walkout. Keine Tafeln. Okay. Walkout. Walkout. Buffon. Buffon. Jawoll. 88er Buffon. Nice. Das wollen wir mal sehen für meine Prime Icon SBCs. So, weiter geht's. Pack Nummero 4. Komm, es kann doch so weitergehen. Hey, ein Walkout hatten wir schon. Komm schon, EA. Na. Kein Walkout. Wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit nach links gucke, weil ich gucken will, ob die Aufnahme auch funktioniert. Na klar. Komm schon. Letchtes Mega Pack und danach geht's in die seltene Mega Pack. Hafen. Pulled. Forward. Jasmine. Nice. 84er Jasmine. Nice Stink. Ich brauche eh noch für meine Italien SBC, brauche ich eh noch Juventus-Spieler. Und da habe ich auch gerade vorhin gesehen, Rugani war auch noch drin. Das heißt, Rugani kann man auch noch mitnehmen. So, dann kommen wir auch schon zu den tauschbaren, seltenen Mega... Danke, Handy. Ich dreh gerade. EA. EA. Okay, Tafeln sind auf jeden Fall da. Brasilien. Torwart. Neto. 84er Neto. Ist im Pack. Das kann man mitnehmen. Ist okay. Bin damit zufrieden. Regt mich nicht auf. So, dann sind wir auch beim letzten Pack schon angelangt. Das erste Video hier bei mir zu Hause gedreht. Alleine. Keiner da. Wir gehen direkt rein. Also, ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Boah, ich habe gerade noch Van Dyke. Oh mein Gott. So, das sind wir auch schon in der Endcut-Szene angekommen. Es waren relativ gute Rewards. Vor allem die roten Karten, die da waren. Die waren echt nice. Wovon haben wir auch noch gezogen. Ein paar 84er. Was will man mehr? Dann haut rein. Bis nächstes Mal. Ich hoffe, eure Rewards waren genauso gut. Schreibt es unten in die Kommentare. Haut rein. Bis nächstes Mal. Und Peace.